Nein, da bin ich wieder da. Lange nicht mehr gesehen. Zwei Wochen, eine Woche Aufnahmesession und Wiedergabe, Zeitpunkt der zerschnittenen Aufnahmesession und so weiter und so weiter. Ich bin auf jeden Fall mal wieder da und heute spielen wir wieder ein bisschen sinnlos hin und her laufen und der Typ hier erzählt ein bisschen Scheiße dabei. Was machen wir denn heute? Wir könnten natürlich hier mal unten schauen, in dem Bunker hier unten. Da wollen wir ja irgendwie noch was hinbauen. Da müssen wir mal eben schauen. Vorher, nee ist aus, gut. Vorher müssen wir natürlich schauen, wie die Rezepte dafür sind. Wir brauchen nämlich Hydro irgendwas. Da wollen wir hin, hier. Ja, 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 die sind teuer. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar von. Zwei haben wir da, glaube ich, von. Einen brauchen wir noch und dann hätten wir ein bisschen Strom und dann können wir zumindest die Öfen wieder betreiben. Ja, das machen wir einfach mal eben ganz kurz. Ich hätte natürlich vorher mal auch freuen können, aber gut, so ist das halt. Das Futter kommt hier rein. Ah, komm, die Kohle, die kommt hier auch rein. Wir sortieren, wie immer, am Anfang der Folge. Das Inventar draußen ist eh Nacht, also von daher alles gut. Möbel, haben wir Möbel? Nein, wir haben keine Möbel. Steinzeug haben wir, ja. Steinzeug, 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 Stein schlatschleiter. Och, komm, Treppen. Treppen sind hier auch, also Treppen. Und die sind auch gebohrt. Ich habe übrigens, ähm, total verpeilt, diese Tonteils, also ich kann irgendwie nicht sprechen. Ah, Moment. Oh, habe ich einen Durst heute. Die Stone Tiles, die sind tatsächlich nicht vom Spiel selber. Die kommen tatsächlich von Moorblocks und das Rezept wurde verändert. Das heißt, die Dinger, Dinger, da ich wohl drauf zeigen, aber ihr seht es ja nicht. Die Stone Tiles, die sind tatsächlich nicht durch Technik verändert worden, sondern ein neues Rezept. Das ist erstellt worden und der Rant war völlig unnötig, aber so ist das Leben. Da müssen wir durch. Kriegen wir aber hin. So, Holzzeug. Sand und Glas. Ja, Sand und Glas. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Sand und Glas haben wir hier. Den Eimer brauchen wir nicht. Die Kartoffeln brauchen wir. Oh, das können wir an die Auge bringen. Dings hier mal zu tun. Teint, teint heuch. Also sprechen ist heute echt irgendwie. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Hier. Ein Hydro-LV-Generator haben wir noch. Wir bauen noch ein paar weitere. Oh, ich hoffe, wir haben genug Materialien, aber wir hatten, glaube ich, relativ viel, viel Kupfer. Ähm, den Schraubendreher brauchen wir nicht. Das Schwert brauchen wir eigentlich auch nicht, aber egal. Das behalten wir einfach mal. Das Ding hier, das Ding hier. Der Eimer. Ach, komm. Der Weg ist weg. Dann haben wir das Inventar wieder aufgeräumt. So, und das hätte ich jetzt vor der Folge machen können. Ähm. Ich habe nämlich einen Kommentar bekommen. Yay. Ein Kommentar. Hup, hup. Ähm. Ich switch mal kurz hin. Ich switch mal kurz hin. Ihr seht es nicht, aber es ist egal. Ich blende den einfach ein. Äh. Und zwar der Alexander. Ein treuer Kommentator auf meines Let's Plays. Der einzige Kommentator. Hey. Der eine von beiden. Alles klar. Ähm. Ja, ich hatte gefragt, letzte Folge, wie sieht es aus mit der Folgenlänge? Und, ähm, ich bin ja immer ein Freund davon, die Sachen dann einfach laufen zu lösen. Du bist dann irgendwann einfach mal eine Stunde oder zwei. Ich teile es dann auf. Alles schön und gut. Äh. Und, ähm, trotzdem ist es natürlich interessant, die Zuschauer, die paar, die ich habe, was die denn davon halten. Und, äh, einer von den paar, der hat dann tatsächlich mal einen Kommentar geäußert. Und hat mir doch vorgeschlagen, ähm, das so lang zu machen, wie ich möchte. Mach ich auch. Ähm. Was wir natürlich machen können, ähm, Zeitraffer finde ich ganz cool, weil das Ganze ist so ein bisschen schmoov, wenn man baut. Zack, zack, zack. Schnell und, äh, wunderbar. Vielleicht mit Musik und ohne Ton, dass man das Gequietsche nicht hört. Aber ansonsten, also Zeitraffer würde ich eigentlich ganz gerne drin lassen. Was wir natürlich machen können, äh, 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 Etappen. Naja, gut, okay, aufteilen kann man es dann immer, ne? Aber, ja, müssen wir mal gucken, ne? Also, auf Biegen und Brechen Zeit vollkriegen ist natürlich, äh, wird bei mir nicht passieren. Entweder mache ich Schluss oder ich mache halt keinen Schluss. Und, äh, ihr kennt es aus der Vergangenheit. Wenn ich dann keinen Bock habe, habe ich halt keinen Bock. Ähm, so ist das halt, ne? Gut, äh, der Analytics, äh, von den paar Zuschauern, die ich habe, kann ich ja auch gerne nochmal einblenden. Äh, durchschnittliche Wiedergabe dauert 11 Minuten. Wenn ich also ein Let's Play unter 10 Minuten mache oder irgendwas sagen möchte, bitte innerhalb der 11 Minuten, dann gucken es auch Leute. Danach guckt es halt keiner mehr. Ah, was haben wir denn noch für Statistiken überhaupt? Das ist ja hier, meine Güte. Also, mein Pioneer-Test-Let's Play, das Erfolgreiche, wo sich dann doch ausgestellt hat, dass das Spiel leider nicht wirklich zum Let's Play geeignet ist. Äh, durchschnittliche Wiedergabe dauert 1 Stunde, 3 Minuten. Das ganze Ding ist 2 Stunden lang, das heißt 50%. Wupp, wupp. Äh, dann, die Folge 20, die Pumpe, der Raum. Wer die Anspielung kennt, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ähm, 11 Minuten 16, 43%. Dann, die mit dem Zeitraffer, das ist die Folge 3 gewesen. 88 Minuten. Äh, äh, durchschnittliche Wiedergabe dauert 22 Minuten. Ja, ne, weißt du Bescheid? Also, so in dem Dreh dreht sich das. Äh, Folge ... Was ist das für eine Folge? Ach, das ist ... Folge 6 von ... Doch, von dieser Staffel Let's Play Folge 6. Äh, wo war sie jetzt hier? Ganz viel Kies und Cobble war das. Äh ... Auch 88. Ey, ich bin voll irritiert. Hier auch 88 Minuten. Äh. Oder was sagt das aus? Wiedergabezeit in Minuten. Das ist wahrscheinlich die Insgesamtzeit, die das geguckt wurde. Durchschnittliche Dauer 17 Minuten. Also, wenn ich unter 20 Minuten bleibe, stört glaube ich kein. Über 20 Minuten. Es gibt ein paar, die gucken es. Eine Block-Leave-City-Folge damals, die Folge 7. Ging auch eine Stunde. Durchschnittliche, Wiedergabezeit. Und, die ist auch eine Stunde lang, oder? Steht 100%. Also, einer hat es geguckt, und zwar bis zum Ende. Wir haben doch keine Zeit, Rafa. 8 Minuten. Hey, 8 Minuten. Kann man das eigentlich sortieren? Nö, ne? Nö, schade. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wo wir eh gerade dabei sind, können wir kurz mal. Demografie, keine Aktivitäten für diesen Zeitraum. Verfigbar. DSGVO, oder einfach nur, äh, zu wenig Zuschauer. Wiedergabe-Orte. Wer guckt denn eigentlich meine Let's Plays? Ähm, YouTube-Wiedergabe-Seite. 100%. Alle gucken über YouTube. Das ist gut. Äh, und über die App guckt keiner. Durchschnittliche Wiedergabe dauert 19 Sekunden über die App. Also, irgendjemand hat mal über die App geguckt. Okay. Ähm, interessant, was man hier alles machen kann. Zukunftsquellen. Über die Playlist kommen die meisten. Dann über irgendwie Playlist-Seite. Funktion zur Auswahl von Inhalten. Was ist das, die Suche? Ne, YouTube-Suche gibt's aber. Ne, egal. Ähm, Geräte. Handy. Jetzt bin ich irritiert. Also, Handy ist am höchsten. Die YouTube-App ist aber am geringsten. Heißt das, alle gucken über die Webseite. Über den Computer gucken dann auch nochmal ein paar. Ja, aber komm, ganz ehrlich, die Statistik, was hab ich hier? 70 Abonnenten, 77 oder was? Keine Ahnung. Also, das ist eh hinfällig. Die paar Leute, die es gucken. Ähm, Übersetzung gibt's keine. Was haben wir hier noch? Abonnenten. Ja, sieht lustig aus. Immer 00001, 00001. Ah, herrlich. Und, mag ich und mag ich nicht. 00001, 00001. Ähm, gut, äh, Videos und Playlists. Eins, minus eins, 00001. Ah, ich bin ja mal gespannt, wie das aussieht, wenn dann wirklich alle irgendwie das, äh, mit tausend Millionen, Milliarden Abonnenten dann irgendwie haben. Ähm, die gucken sich das wahrscheinlich gar nicht mehr an. Die wissen ganz genau, oh, ich hab eine Million Abonnenten. Hup, hup, ich bin Fame, ich bin Fame. Hup, hup. Ah, 1000 Abonnenten mehr oder weniger. Pff, wen interessiert das schon? So, äh, Kommentare, ja, wie gesagt, Kommentare, ähm, soll's damit gewesen sein. Da wollen wir mal ein bisschen was irgendwie inhaltlich machen. Äh, das kann wieder zu. Das machen wir nachher nochmal wieder auf. Und, reingeklickt, da bin ich wieder da. Ja, so. Das ist ein kurzer Ausflug auf die, äh, YouTube-Seite. Ähm, ansonsten, ach ja, wir wollten hier Dings bauen. Hm, 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 hm. Da muss ich mir nochmal das Rezept angucken. Davon, Marble, Marble, Marble in die Ecken. Wir brauchen drei von den Dingern. Ah, den haben wir schon, das brauchen wir. Zweimal Marble. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, ich bin so verwirrt. Ähm, Holz, Sand, Werkzeuge, Stein, 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 nee, da hatte ich dir nix getan. Na ja, Bettbau. So. Dann bereiten wir das hier wieder vor, würde ich sagen. Wir machen hier mal ein bisschen Platz. Da-dam, da-dam. So. Und rein damit. Und als nächstes Diamanten und Holz. Hm, 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 hm. Hm? Rums, da ist die Kiste zu. Backbone, ja. Na. So. Von den Frames, da brauchen wir dann auch zwei, ne? Genau. Und unten dann davon. So. Dun-dam. Zack. Eigentlich könnten wir ja vorbereiten, ähm, weil wir brauchen ja zwei von denen auf jeden Fall, damit wir dann mehr haben, als wir vorher hatten. Das heißt, wir machen hier mal, haben wir drei, dann haben wir vier, dann machen wir mal drei davon. Hm, hm, hm. Material haben wir ja noch. So. Ja. Und noch zweimal extra Holz. So. Und pam, pam. So, da brauchen wir dann auch nochmal zwei von. Das ging doch mit diesen komischen, äh, genau, Cast All in Ingrid und, äh, genau. Mäh. Ach, das war irgendwie mit oben hier, ähm, zwei davon, zwei davon oder sowas, ne? Boah. Also wir brauchen erstmal hier von, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die müssen wir auf jeden Fall, brennen. Haben wir den Ofen hier draußen? Eigentlich noch, ja. Das reicht eh nicht mehr, der Kohle. Mh. Das wird auch nicht reichen, glaube ich. Och. Ach, naja. Wir tun sie mal, wir tun sie mal trotzdem rein. Mh. Wie war das denn noch mit, habe ich das vielleicht noch drin? Nein. Seht ihr jetzt wieder nicht? Ich gucke mal ganz kurz nach. Mal. Tust, Kupfer, das beste wäre Kupfer. Kupfer, das ist ein bisschen verwendet. Also wir brauchen Zink und Kupfer. Da haben wir glaube ich noch genug von. Und dann machen wir das irgendwie einmal zwei und einmal einer, oder? Also Kupfer. So viel brauchen wir da ja nicht von. Wir nehmen mal... Ach komm, wir nehmen von neben einfach mal... Was ist mit? Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr in welcher Reihenfolge das... Zink. Mh... Äh. Hier unten kommt man raus. Na, guck mal, hat doch gereicht. Wunderbar. Sudele. Ach. Hoffen wir mal, dass es Zink... Äh... Die Zutat war, wo man nur einen von braucht. Wir gucken... Einfach mal. Hallo. Naja. War scheiß mir nicht die Bude voll. Duy. 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 Man kriegt sogar drei, okay. Ähm... Behalten wir das Zeug mal. Das reicht dann ja Dicke. Äh... Wieso mach' ich den Ofen auf? Moment. So, wieder da. Jetzt sieht es auch wieder... Da... Da... Bei euch da, bei mir da. Jetzt sieht es auch wieder gut aus. So. De... Muss ich natürlich auch rausnehmen, sonst wird das nichts. De, de, de. De, de, de. De, de, de. So, de le. Das ist leer. Gut, dann... Du haust jetzt aber hier mal ab, würde ich sagen. Äh... Hydro. Genau, den in der Mitte und dann haben wir dann eigentlich alles, was wir brauchen. Dann, 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 dann. Warte, ich habe jetzt nur zwei vorhin gemacht. So. Dann, einen haben wir noch. Gut, nee, ging auf, einen hatten wir ja noch. So. Drei hiervon. Man macht drei jeweils, ne? Einen machen wir noch. Ähm... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Kohle Popole? Wo haben wir denn Kohle Popole? Na, komm, scheißegal. Machen wir uns eben Kohle, ist alles kein Problem hier. Gibt es auch genug draus und dann können wir nämlich hier gleich das nächste Züchter hier schmeißen. So. Zwo. Drei. Vier. Gut. Warten wir ab, ne? Und sonst so? So. Dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, der Ofen, der brennt jetzt noch munter vor sich hin. Das ist nicht weiter tragisch. Hier hinten haben wir noch ganz viel Zeug. Wir brauchen davon und wir brauchen hier noch einen von. Oh gut, dass wir noch einen hatten. Da. Da, da. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Eins, zwei, drei, vier. Dann hier. Dann. Äh. Da. So. Die brauchen wir dann eh gleich alle. Und ich seh grad, wir brauchen da eigentlich nochmal einen von, weil, ähm, wir ja drei und drei brauchen und nicht drei und zwei. Eins, zwei, drei, vier. Hey, guck mal, krieg den nochmal auf. Ähm. Hier noch einen von. Zweimal Holz. Das tun wir wieder hier hin. So. dann brauchen wir nochmal ein Casing. Das bauen wir uns auch noch eben. Sieben. Acht. Ähm. Oh, ein Quatsch. Hier brauchen wir hin. Zack. Zack. Können wir ja schon mal zusammenbauen hier. Hm. 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 Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen Doch, tatsächlich. Wir brauchen Wir brauchen ja hier nur einen von. Zink, Kupfer und ein Stückchen Kohle. Na. So. Holen wir hier das eine ab. So. Und dann holen wir da oben das andere ab. So. Und dann tun wir alles nochmal wieder ins Inventar, weil wir den Platz nochmal brauchen. So. So. Hm. 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 Zack. So. Döp, 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 na. Hm. 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 So. Damit hätten wir jetzt die Grundlage für zwei Hydrogeneratoren. Moment. So. Stainless Steel. Stainless Steel macht man. Auch irgendwie in dem Dingsofen, ja. Dann die. Dann hier von ein. Da braucht man Dings zu. Genau. Hier. Rubber kriegt man vom Gummibaum. Da kann man nämlich endlich mal hier hinten zum Gummibaum laufen. Dann wäre das zu dem, der hier hinten schwebt. Oder hier war das auch noch. Da hinten, da ist auch noch. Ich glaube, wir gehen zu dem hinten. Da kommen wir einfacher dran. Ähm. Die lassen wir erstmal hier. Tun die mal nebeneinander. Beziehungsweise, eigentlich könnten wir die gleich mal ein bisschen ansortieren hier, ne. Dann bauen wir den hier oben. Da haben wir da dann zwei von. Und haben wir noch irgendwas, was wir direkt reintun können? Ne. Hier den Scheiß, den muss man auch noch. Das heißt, wir brauchen hier nochmal Carbon Steel. Wir brauchen hier von nochmal welche. Gut. Aber das müssten eigentlich, Moment. Das müssten eigentlich alles Materialien sein. Hops. Ja, die kriegen wir von Setzlingen. Ähm, das müssen alles Materialien sein. Die kriegen wir. Dann gehen wir mal eben kurz da hinten hin. Da. Und holen uns mal ein bisschen was von einem Gummibaum. Ah, Moment. Wir haben ja hier. Einen wunderschönen Abstieg. Der hat, glaube ich, immer noch das Loch, oder? Irgendwas habe ich hier gemacht. Keine Ahnung. So. Das Loch ist auf jeden Fall zu. Habe ich das Loch zugemacht und keine Spitzhackel mehr gehabt, glaube ich. Ne. Irgendwie sowas war das doch. So. Hier das schwebende Wasser. Hier hat runtergefallen. Schwimmel, schwimmel. Ein kleiner Spaziergang. Gucken wir mal, wie der denn da gewachsen ist. So viel brauchen wir ja nicht. Wir klauen uns einfach ein bisschen hier vom Stamm. Oder wir hauen den ganz weg und haben dann einfach ein bisschen Zeug dabei, was wir dann mal wieder benutzen können. und müssen halt gucken, dass wir den wieder hinpflanzen. Die Frage ist halt, wie der gewachsen ist. Ach, guck mal. Hier gibt es auch noch. Ja, da ist eine Hülle. Kommen wir auch noch mal irgendwann mal entkunden. Erkunden. So. Da hinten ist auch noch irgendwie eine Öffnung für so eine Höhle oder so. Da geht es auch rein. Wäre natürlich schön, wenn das alles zur gleichen Höhle gehen würde, ne? Also das und das ist bestimmt mit mir noch verbunden. Haben wir eigentlich keine Axt dabei, ne? Ne. Naja, was soll's. Kriegen wir auch so hin. Na. So. Sind wir dann gleich auf dem Gipfel. Was ist denn hier noch? Hier scheint Wüste zu sein, würde ich so ganz spontan mal sagen. Der ist auch so ein bisschen komisch gewachsen hier, ne? Ist ja nicht so hoch. Also. Vor allen Dingen haben wir dann ein bisschen was und müssen nicht ständig wieder welches holen. So oft brauchen wir es ja auch nicht. Kann ich hier nehmen bei ein bisschen Knabberkram. Hm. Hm, hm, hm. 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 Entschleunigtes Gameplay ist ja aktuell, äh, relativ beliebt durch Red Dead Redemption. Von daher. Wir können auch mal einfach so in Ruhe, entspannt, gemütlich, ein bisschen am Gummibaum rumklopfen. Hm. Hm, hm, hm. Das wird übrigens wieder Nacht, ne? Das ist hier noch irgendwo da hinten ist noch. Ach, ist das nicht entspannt. Moment. Hm. Müssten wir eigentlich alles hier oben exakt haben, oder? Doch, müsste alles weg sein. Können wir das Ganze dann schön als Hecke verbauen, oder verbrennen. Oder irgendwas anderes mitmachen. Das ist hier unten.